Mein Name ist Samuel Mago, ich bin Sachs-Multipreisträger aus dem Jahr 2014 und ich bin auch einer der Mitbegründer des Opera Heroes Collective, einem Kollektiv von jungen Roma-Aktivisten und Aktivistinnen, die sich zusammengeschlossen haben, weil es reicht, weil wir viel zu viel Rechtsistrimismus haben in Österreich und auch in ganz Europa und weil wir gemeinsam zeigen wollen, dass wir als Volksgruppe stark sind und dass wir ein Zeichen setzen müssen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen, Roma und Romnia, aber auch Nicht-Roma und Nicht-Romnia, zur Europawahl gehen, weil diese Wahl nämlich ausschlaggebend für unsere Zukunft ist. Diese Wahl entscheidet darüber, wer unser Europa regieren wird, wer mitbestimmt und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir solidarisch und gemeinsam in eine demokratische Zukunft gehen und nicht von Rechtspopulisten regiert werden. Und deswegen will ich wählen und deswegen sollt ihr wählen gehen. Dankeschön!